Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Planet Coaster. In der gestrigen Folge haben wir ja hier den Bereich noch was weiter gestaltet. Jetzt können wir mal schauen, was wir hier noch machen. Weil das sieht ja hier nicht so schön aus. Szenerie. Können wir eigentlich auch Steine davor setzen? Ja. Das war jetzt eigentlich keine Frage, sondern ein Vorschlag. Und abwärts. So, hopla. Jetzt können wir natürlich dann auch noch gleich das nutzen, die Beleuchtung hier unterzubringen. Nee. Dann haben wir den auch beleuchtet. Szenerie. Jetzt können wir eigentlich nur gerade noch die Lampen hier fertig machen. So. Und Szenerie. Was gibt es ja eigentlich an seins? Hält sich ja doch ein bisschen in Grenzen. Dann können wir uns einen eigenen Burger bauen. So, das könnten wir zum Beispiel mal hier hin machen. Anstrahlen wäre schon mal kein Fehler. so einer zwei das können wir da reinbauen das wäre doch eine möglichkeit aber nicht so tief, dass das Gras da durchguckt doch doch so geht es ein bisschen drehen wäre kein Fehler so auch den Bereich müssen wir natürlich gestalten auch wenn davon Entschuldigung vorne nicht zu sehen ist aber so ist er vom Fahrgeschäft aus zu sehen und da können wir doch zumindest ein paar ein paar Bäume oder Büsche unterbringen so ein kleines bewachsenes Fleckchen Planet Gold Star hopp 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 Da mache ich jetzt erstmal das hin und dann schauen wir mal, ob wir da später noch irgendwas gestalten oder irgendein Gebäude hinmachen. Habt noch, hier gibt es ein Unbeet. So. So. Dann können wir dahinter hier mal die Bodenbüsche platzieren. Und diese Reihe. Hier ließe sich dann ein kleiner Bereich machen, den man halt auch nur von der Attraktion aussieht. Und das lagern wir noch. So kann ich jetzt nichts mehr markieren. Nein, den Push würde ich nicht. Hm. Scenery. Äh, genau. Licht. So. Ähm. Was habe ich jetzt gesucht? Den Aussichtsturm. Warte mal. Buildings. Äh. Building Attachments. Decoration. Decoration. Ne. Macht wenig Sinn. Aber das sieht ganz nett aus. Aber das sieht ganz nett aus. So. Und da können wir noch ein wenig Felsen unterbringen. Und da können wir noch ein wenig Felsen unterbringen. Oh, und da haben wir ja auch noch einen Anstehbereich, oder einen Teil, der so gänzlich ungeschmückt ist. Machen wir da sowas denn? Hm. Eine Meerjungfrau. Ein bisschen mit Blumen. So. Damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. So. 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 So.